Ich lerne Deutsch. Nummer 15629 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Vergleiche dich nicht ständig mit anderen. Jeder hat seinen eigenen Weg und seine eigene Zeit. Vergleiche dich nicht ständig mit anderen. Jeder hat seinen eigenen Weg und seine eigene Zeit. Hier ist nichts los. Akzeptiere und liebe deine einzigartige Persönlichkeit. Akzeptiere und liebe deine einzigartige Persönlichkeit. Auf dieser Straße ist eine Geschwindigkeit von bis zu 30 km pro Stunde zulässig. Auf dieser Straße ist eine Geschwindigkeit von bis zu 30 km pro Stunde zulässig. Es ist erlaubt, in diesem Bereich bis zu 30 km pro Stunde schnell zu fahren. Der Erfolg eines Mitarbeiters hängt von seiner Leistung und seinem Engagement ab. Bildung ist eine Investition in die Zukunft. Bildung ist eine Investition in die Zukunft. Nicht alle rohen Eier passen in die Kühlschranktür. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.